So, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und ich darf zu mir auf die Bühne bitten, jetzt mit Einzug und ich darf Sie sich bitten, von dem Letzten zu erheben, Einzug für die Standarte, für das Gaster-Prinzen-Paar, mit Daten, Einzugsmarsch! Das wäre so wunderschön, das wäre so wunderschön, das wäre so wunderschön, das wäre zu schön, oder zu sein. So, ich möchte sagen, dagang es Dreams gehen, die Baré jetzt der Red Kursch! So, ich würde sagen, da Bloody beginnen, jetzt nicht ein neues Zimmer, das wäre so wunderschön, das wäre so wunderschön, das wäre so wunderschön, das ist ja ungeheuernde Hotel, die Bühne wenn du Estück bist, also incertiałem zuerst, den Siebert-Prinzen-Paar, mit deinen Tag-Teleidam! Ja, liebe Freunde, es ist so weit. Unser Prinzenpaar steht hier oben und er lacht schon, weil es wieder so laut ist. Setzt euch, bevor der Prinz seine Ansprache hält, darf ich noch den Vertreter der Stadt nach oben bitten, Herrn Oberbürgermeister Bertrand Hilgen, für seinen Begrüßungsvorgang. Ein Tschüss. Sehr geehrter Herr Präsident, hochgeschätzte Tollitäten, verehrtes Prinzenpaar, liebe Herren aus Kassel und der Region. Die Tollitäten luden ins Rathaus ein. Ich freue mich, dabei zu sein. Inmitten solch gelustener Schar begrüßen wir das neue Jahr. Das Prinzenpaar macht sich vorzüglich. Euch zuzuschauen ist stets vergnüglich. Ich bin ganz sicher, ich weiß es schon, das wird, wenn auch kurz, eine vollzügliche Session. Ich muss unumwundet attestieren, Prinz Michael macht sich gut beim Regieren. Monika unterstützt ihn sehr. Der Erfolg kommt also nicht von ungewöhnlich. Als Herr in diesem schönen Hause verschaffe ich mir eine Atempause. Ich genieße viele Schunkeliber, denn morgen ruft die Arbeit wieder um ein. Wer hier reinkommt, bemerkt zugleich den gute Laune-Referenzbereich. Hier plägt man die Geselligkeit, den Spaß und auch die Heiterkeit. Ein jeder sollte danach streben, auch im Routine-Alltagsleben mal zu lachen, hell und heiter, dann geht es schon viel besser weiter. In diesem Sinne wünsche ich nur das Gäste für die Aktiven, wie die Gäste, die erfreulich großer Zahl gekommen sind in den Bürgersaal. Ein Dankeschön den fleißigen Geistern, die mit ihrem Programm begeistern und die vor und hinter den Kulissen uns vortrefflich zu verwöhnen wissen. Viel Spaß und herzlich willkommen in Laune! 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 Ja, woher haben wir verpackt?